Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch alles rum das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und nachdem in den letzten zwei Personen zwei Gäste dabei waren, gibt es mal wieder zur Abwechslung eine Folge nur mit mir. Und wir schauen uns heute wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema an, denn wir sprechen seit über 60 Folgen nun über Bitcoin als dezentrales Netzwerk, welche Möglichkeiten es bietet und welche Veränderungen es für uns Menschen in der Zukunft haben kann. Aber wir haben hier noch nicht so wirklich richtig beleuchtet, wie Bitcoin eigentlich entstanden ist und wer es erfunden hat. Denn bei vielen Dingen, die wir so im täglichen Alltag benutzen, kennen wir den Schöpfer oder die Schöpferin, sei es entweder die direkte Person oder das Unternehmen, das das Produkt zum Beispiel entwickelt hat. Und wir verbinden beispielsweise das iPhone immer mit Apple und Steve Jobs. Und bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Edelmetall oder auch wie Gold und Silber, ist die Natur für die Entstehung verantwortlich. Doch auch bei Bitcoin muss es ja irgendwie eine Entwicklung gegeben haben, eine Entstehung und jemand muss die Idee dazu gehabt haben. Und genau diese Fragen möchte ich in dieser Folge beantworten. Bevor wir aber beginnen, noch zwei Hinweise in eigener Sache. Ihr findet ab sofort in den Episodennotizen der zukünftigen Folgen die jeweiligen Zeitstempel. Das heißt also, ihr könnt dann sehen, welche Themen in der Episode angesprochen werden und könnt dann auch direkt an diese Stelle springen. Das ist insbesondere sehr hilfreich, wenn ihr zum Beispiel im Nachhinein noch etwas nachhören wollt. Denn ich würde mich natürlich immer noch darüber freuen, wenn ihr wie gewohnt die ganze Folge auch anhört. Aber so, gerade wenn man ein Thema nochmal genau anschauen möchte, nochmal eine Episode nachschauen möchte, nachhören möchte, ist es wirklich sehr, sehr hilfreich. Und dann natürlich noch der Hinweis auf die Partnerschaft mit Shift Crypto. Wir haben ja in den letzten Episoden wieder vermehrt über das Thema Sicherheit gesprochen. Und das Hardware at Bitbox ist eben eine der besten Möglichkeiten, eure privaten Schlüssel und somit eure Bitcoin-Guthaben sicher und langfristig aufzubewahren. Und mit dem Code BTCVerstehen erhaltet ihr 5% Rabatt auf die Bitbox-Only-Edition. Den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer in den Episodennotizen. Steigen wir nun aber in das Thema ein, indem wir einfach mal schauen, wie Bitcoin eigentlich entstanden ist. Und man muss dafür ein wenig zurückspringen, denn es gab schon lange vor Bitcoin die Idee, ein rein digitales Geld für das Internet zu erschaffen. Daran haben insbesondere in den 90er Jahren bereits einige Personen gearbeitet und haben insbesondere versucht, das Problem der zentralen Instanzen bei digitalem Geld und somit auch das Double-Spend-Problem zu lösen. Wer sich noch erinnert, beim Double-Spend-Problem geht es darum, dass sich digitale Werte nicht begrenzen lassen, da sie ja beim Transfer nur kopiert und nicht wirklich übertragen werden. Und das ist natürlich beim digitalen Geld ein großes Problem, da es keine Garantie gibt, dass der Sender beispielsweise den gesendeten Wert dann auch nicht mehr besitzt. Dafür wurden bisher immer zentrale Instanzen verwendet, wie zum Beispiel PayPal, die dann die Guthaben der einzelnen Netzteilnehmer kontrollieren und somit sicherstellen, dass keine Werte mehrmals ausgegeben werden können. Viele dieser Entwickler gehörten dann damals den sogenannten Cypherpunks an. Das war bzw. ist eine Gruppe, die sich für den Datenschutz im IT-Bereich einsetzen und dafür insbesondere Kryptografie verwenden. Und diese Kryptografie finden wir ja auch bei Bitcoin wieder und gibt dem digitalen Geld auch den Namen Kryptowährung. Und insbesondere am Ende der 1990er Jahre gab es viele Versuche, ein solches rein digitales Geld zu entwickeln. Doch all diese Versuche scheitern aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt machen wir einfach mal einen kleinen Sprung in ein paar Jahren nach vorne, denn genau genommen in das Jahr 2008. Denn hier kommt nun Bitcoin ins Spiel. Denn am 18. August 2008 wurde die Domain, also die Internetadresse, bitcoin.org durch eine anonyme Person angemeldet. Das war dann wirklich das erste Mal, dass der Begriff Bitcoin überhaupt irgendwo auftauchte. Später dann im Herbst des gleichen Jahres, und zwar genau am 1. November 2009, wurde in einer Mailingliste für Kryptografie ein Link zum sogenannten White Paper für Bitcoin geteilt. Worum es sich bei so einem White Paper handelt, werden wir gleich noch sehen. Die Nachricht wurde von einem Pseudonym namens Satoshi Nakamoto versendet. Dieser Name ist zuvor in keinster Weise mit irgendeinem digitalen Geld oder ähnlichem aufgetreten. Und in der E-Mail selbst schrieb die Person, dass sie an einem neuen elektronischen Zahlungssystem arbeitet, das vollständig Peer-to-Peer, also ohne Intermediär oder dritten Parteien funktioniert, der man irgendwie vertrauen muss. Mit dieser E-Mail wurde dann Bitcoin zum ersten Mal, also vor rund 13 Jahren in der Öffentlichkeit erwähnt. Wobei man muss dazu sagen, dass dieses damals nur sehr wenige Menschen mitbekommen haben, dass sich die wenigsten Menschen für sowas interessierten. Aber es zeigt, dass Bitcoin noch so wahnsinnig jung ist, es auch bis heute schon zu einem so großen Netzwerk herangewachsen ist, dass sich viele, viele Menschen auf dieser Welt damit beschäftigen. Und im Nachhinein war das natürlich eine eher, ja ich sag mal, langweilige und kleine Veröffentlichung, wenn man zum Beispiel das mit anderen Technologien vergleicht. Man muss dazu erwähnen, dass zu diesem Zeitpunkt das Bitcoin-Netzwerk, so wie wir es heute kennen, noch gar nicht vorhanden war. Das heißt also, man konnte keine Transaktionen senden, man konnte keine Transaktionen empfangen und es waren auch noch keine einzelnen Bitcoin in Existenz. Es war wirklich nur diese Idee, die in der E-Mail oder auch in dem White Paper niedergeschrieben war. Die wirkliche Geburtsstunde des Bitcoin-Netzwerkes, so wie wir es heute kennen, war dann knapp zwei Monate später, genau am 3. Januar 2009. Denn an diesem Tag generierte Satoshi Nakamoto den ersten Block der Blockchain, den sogenannten Genesis-Block. Und auch für diesen Block erhielt er schon die Belohnung, damals noch in Höhe von 50 Bitcoin. Denn damals betrug noch die Belohnung für jeden einzelnen Block, der erstellt wurde, 50 Bitcoin. Und wir wissen ja, das Ganze hat sich dann halbiert alle vier Jahre und heute sind wir bei 6,25 Bitcoin angelangt. Und das Spannende an diesem ersten Block war, dass Satoshi Nakamoto noch eine zusätzliche Nachricht hinzufügte. Denn in jedem Block können die Miner optional noch eine Nachricht hinzufügen oder Notiz. Und er fügte dann die Überschrift der britischen Tageszeitung The Times hinzu. Und deswegen lautete seine Nachricht im ersten Block, The Times, January 3, 2009, Chancellor and Brink of the Second Bailout for Banks. Das heißt also, es war ein Hinweis auf die Finanzkrise im Jahr 2008, 2009, bei der Milliarden Euro benötigt wurden, um eben kranke und kaputte Banken zu retten und dadurch auch das Finanzsystem am Leben zu halten. Und deshalb sieht man das so im Nachhinein als möglichen Hinweis auf die Gründe der Einführung von Bitcoin. Denn viele vermuten, dass Satoshi Nakamoto Bitcoin eben als Lösung für die Probleme des derzeitigen Banken- und Finanzsystems entwickelt hat. Aber das sind wirklich nur reine Spekulationen, wir werden das wahrscheinlich nie erfahren. Und diese Nachricht kann wirklich noch jeder heutzutage anschauen, denn die Blöcke sind ja frei zugänglich, sind transparent. Und in den Episodennotizen werde ich euch einen Blog-Explorer mit dem ersten Blog eben verlinken, sodass ihr euch diese Nachricht auch wirklich mal selber nochmal anschauen könnt. Und das Spannende daran ist, finde ich, dass man diese Nachricht seit 13 Jahren dort findet und diese Nachricht wird nie wieder verschwinden, weil sie jetzt einfach in der Blockchain als erster Blog unter allen anderen Blöcken, die dazukommen, vergraben wurde. So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, das Bitcoin-Netzwerk ist aktiv. Es werden alle 10 Minuten ein neuer Blog gefunden. Zu dieser Zeit hat eben nur Satoshi Nakamoto das Mining betrieben. Das heißt also, er hat jeden einzelnen Blog generiert und hat die 50 Bitcoin bekommen. Und am 9. Januar hat er dann die Version 0.1 der Bitcoin-Software veröffentlicht, der sogenannte Bitcoin Core. Mit dieser Software konnte man dann endlich Bitcoin speichern und auch versenden und Transaktionen verifizieren. Also genau diese Grundlagen, auf denen alle anderen Programme, die wir heute benutzen, auch passieren. Und das Ganze war Open Source, das heißt, es konnte jeder frei benutzen, es konnte jeder einsehen und dieser Code konnte auch abgeändert werden. Und diese freie Zugänglichkeit des Codes ist natürlich eine der Hauptgründe, wieso jede einzelne Person dieser Welt theoretisch eine Anwendung für Bitcoin schreiben kann. Denn im bisherigen traditionellen Banken- und Finanzsystem werden dafür meist Genehmigungen von Regulatoren benötigt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Dreier bei Bitcoin für Innovation. Denn wenn ich keine Genehmigung von irgendjemandem brauche, um etwas herzustellen, werden meine Hindernisse überhaupt anzufangen schon wahnsinnig minimiert. Und genau drei Tage nach Veröffentlichung dieser ersten Software gab es am 12. Januar 2009 die erste Bitcoin-Transaktion überhaupt. Und diese fand genau im 170. Block seit der Entstehung statt. Und in dieser hatte Satoshi Nakamoto an Hal Finney 10 Bitcoin über das Netzwerk gesendet. Und Hal Finney war einer der ersten Personen neben Satoshi Nakamoto, die sich intensiv mit Bitcoin beschäftigt haben. Und in der Zeit danach gab es wirklich einen regen Mail-Austausch mit einigen Personen, die dann Fragen zu Bitcoin, zu dessen Funktionsweise oder auch möglichen Problemen stellten. Und man muss also sagen, Bitcoin war damals wirklich sehr, sehr neu und war sehr, sehr komplex. Das heißt also, erstens haben wenige Menschen überhaupt davon mitbekommen. Das gab also noch eine ganz, ganz kleine Aufmerksamkeit. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Und man muss ja so ein komplexes System überhaupt erstmal verstehen. Denn heutzutage haben wir so viele Medien, die das Ganze wirklich sehr, sehr einfach aufarbeiten. Aber damals existierte ja sowas überhaupt noch nicht. Und umso bemerkenswerter ist es ja, dass so viele Personen dann schon versucht haben, Bitcoin zu verstehen. Und die Kommunikation zwischen den einzelnen Personen ist dann meistens über die Mailing-Liste oder über das Bitcoin-Talk-Forum abgelaufen. Und in dieser Zeit sind dann wirklich einige Bugs und Probleme aufgetreten, die dann Satoshi Nakamoto aber selbst auch noch gelöst und behoben hat. Ich möchte in dieser Folge jetzt aber gar nicht weiter darauf eingehen, welche Personen da wirklich noch mitgewirkt haben und welche Probleme da aufgetreten sind. Wer noch mehr über die Anfangszeiten Bitcoins erfahren möchte und vor allem auch welche Personen da mitgewirkt haben, denen kann ich das Buch Digital Gold von Nathaniel Popper empfehlen. Dort hat er nämlich genau diese Anfangszeit genau beleuchtet, hat auch Personen interviewt. Und das Buch ist wirklich sehr, sehr spannend zu lesen, denn es zeigt auch, wie klein die Community damals war und welchen Weg denn Bitcoin eigentlich von damals bis heute gegangen ist. Und in diesem Buch schreibt nämlich der Autor dann, dass eben Satoshi Nakamoto so ungefähr bis Mitte 2010 am Code mitgearbeitet hat. Und dann kam nämlich der 23. April 2011, denn von diesem Tag datiert die letzte Nachricht von Satoshi Nakamoto. Und in dieser schreibt nämlich I've moved on to other things. It's in good hands with Gavin and everyone. Bei Gavin handelt es sich nämlich um den Entwickler Gavin and Reason. Und das heißt also, er hat die Verantwortung des Bitcoin-Netzwerks, der Entwicklung an ihn weitergegeben. Und seit diesem Zeitpunkt gibt es wirklich keine weiteren Nachrichten, keine weiteren Lebenszeichen von Satoshi Nakamoto. Und auf dieses Verschwinden Satoshi Nakamotos kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber jetzt stellt sich natürlich erstmal die große Frage, wer steckt hinter diesem Namen? Als erstes lässt sich sagen, dass in keinerlei Nachrichten oder Kommunikation irgendwelche Hinweise enthalten waren, die darauf schließen lassen, ob es ein Mann, eine Frau, eine Gruppe oder irgendein Unternehmen war. Das bedeutet also, es ist bis heute nicht bekannt, wer genau hinter diesem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt. Und er selbst hat sich mal in einem Profil, in einem Forum als 37-jähriger Japaner dargestellt, weshalb viele Medien und auch ich in diesem Podcast häufig von er sprechen. Wobei wir davon ausgehen können, dass in diesem Profil sicherlich keine richtigen Angaben gemacht worden sind. Und ob er jetzt Japaner ist, das ist die andere Frage. Wobei man festgestellt hat, dass alle Nachrichten, also Nachrichten wie E-Mails und Forenbeiträge im britischen Englisch geschrieben wurden. Und das schließt eher weniger darauf, dass es sich da wirklich um einen gebürtigen Japaner handelt. Und bis heute gibt es wirklich viele Spekulationen darüber, wer genau dahinter steckt. Es gibt auch einige Stimmen, die sagen, dass eine einzelne Person überhaupt nicht in der Lage wäre, ein solches Konzept wie Bitcoin zusammenzustellen. Denn Bitcoin betrifft so viele unterschiedliche Bereiche, die bedacht werden müssen, wie zum Beispiel Technologie, Spieltheorie, Finanztheorie. Und das zusammenzufügen, ist für eine einzelne Person wahnsinnig schwierig. Und wenn man Bitcoin jetzt wirklich komplett betrachtet, ist das wirklich schon eine Meisterleistung, diesen einzelnen Komponenten, die einzelnen Puzzleteile so zusammenzustellen, dass das Ganze wirklich ein wirklich funktionierendes System gibt, das ja nicht nur an sich funktioniert, sondern sich zudem auch in die globalen Prozesse eingliedert. Deswegen sind viele der Meinung, dass es sich dabei eigentlich nicht um eine einzelne Person handeln kann, sondern es muss eine Gruppe oder ein Team gewesen sein, die gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet haben. Und gerade von den Medien wurden in den letzten Jahren viele Namen genannt. Es wurden auch Verschwörungstheorien aufgebaut, dass Bitcoin eben von einem Geheimdienst oder von einem Geheimbund entwickelt wurde. Es wurden auch wirklich einzelne Namen genannt, auch teilweise prominente Menschen wie Elon Musk. Und die Medien selbst konnten nie beweisen, dass die Personen, die sie rausgesucht haben, wirklich Satoshi Nakamoto sind. Und es gibt auch immer wieder Personen, die von sich selbst behaupten, dass sie eben der Erfinder von Bitcoin sind. Aber keine Person konnte das Ganze nämlich beweisen. Und der größte Beweis dafür wäre nämlich, dass man die Bitcoins aus den Wallets von Satoshi Nakamoto von damals bewegt. Denn nur die Person, die die privaten Schlüssel dafür besitzt, hat eben auch Zugriff darauf. Und man geht davon aus, dass diese Wallets so rund eine Million Bitcoin enthalten. Und beim aktuellen Bitcoin-Preis wäre Satoshi Nakamoto, also wenn wir das Ganze mal umrechnen in Dollar oder in Euro, eine der reichsten Personen der Welt. Denn Satoshi Nakamoto war im Jahr 2009 die einzige Person, die wirklich dauerhaft seinen Computer angeschalten hatte und als meiner eben die Blöcke generierte. Und für jeden einzelnen Block bekam er am Anfang eben die 50 Bitcoin. Und in dieser Zeit haben sich eben dann, dies angesprochen, eine Million Bitcoin angesammelt. Um das Ganze jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir wissen also nicht, wer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt. Das kann immer noch eine Frau, ein Mann, eine Gruppe oder sogar theoretisch ein Unternehmen sein. Höchstwahrscheinlich werden wir es niemals rausbekommen, wer wirklich dahinter steckt. Aber wie bei vielen Dingen, zum Beispiel im Internet, das benutzen wir wirklich tagtäglich. Milliarden Menschen auf dieser Welt benutzen das Internet und die wenigsten wissen wirklich, wer dahinter steckt und wer das Ganze entwickelt hat. Letztendlich stellt sich nun die Frage, ob dieses Verschwinden Satoshi Nakamotos einen Einfluss auf Bitcoin hat. Und dafür schauen wir nun den nächsten Schritt mal an, welche Auswirkungen das Verschwinden Satoshi Nakamotos auf Bitcoin und vor allem auf das Netzwerk selbst hat. Es gibt die mehrheitliche Meinung und diese Meinung vertrete ich auch, dass das Verschwinden und die Anonymität von Satoshi Nakamotos vielleicht die größte und wichtigste Entscheidung bei der Entstehung von Bitcoin von ihm war. Denn es gab ab 2011 keine zentrale Figur mehr, die die Richtung der Entwicklung vorgibt. Die Grundlagen mit den Regeln und der Funktionsweise waren weitgehend geschaffen und die Verantwortung wurde nun von Satoshi Nakamotos auf das Netzwerk übertragen. Dadurch konnte Bitcoin mit der Zeit dezentral und organisch wachsen, da ja alle Teilnehmer aus dem Netzwerk mit entscheiden konnten, wie sich Bitcoin entwickelt. Und genau diesen Prozess haben wir ja heute auch noch, denn das Netzwerk trägt sich selbst ohne führende Figur und das genau macht die Dezentralität bei Bitcoin einfach aus. Denn für eine Veränderung der Spielregeln, sage ich mal in Anführungszeichen, müsste ein Großteil der Netzwerkteilnehmer zustimmen, ansonsten würde man nicht Bitcoin verändern, sondern nur ein neues Netzwerk mit anderen Regeln erschaffen und sich dadurch von Bitcoin abkoppeln. Und zudem bekam Bitcoin lange Zeit gar keine Aufmerksamkeit durch Medien oder Regierungen, wodurch es wirklich langsam und stetig wachsen konnte, ohne reguliert zu werden. Denn eine Regulierung wäre damals natürlich noch wesentlich einfacher gewesen, als es heutzutage bei der Größe des Netzwerkes ist. Als zweiten Punkt kann man nennen, dass eine Regulierung natürlich wesentlich einfacher ist, wenn es eine zentrale Instanz gibt, wie zum Beispiel eine Person oder eine Gruppe, da diese direkt durch Staaten und andere Organisationen adressiert werden können. Diese zentrale Instanz existiert eben bei Bitcoin durch Satoshi Nakamotos verschwinden bzw. durch dessen Anonymität eben nicht mehr. Bedeutet, ein Verbot bzw. eine Regulierung Bitcoins ist beinahe unmöglich, außer natürlich die Regulierung des Kaufs, des Verkaufs oder des Besitzes. Das Netzwerk selbst abzuschalten, ist aber aufgrund dessen Dezentralität überhaupt nicht mehr möglich. Und drittens muss man dazu sagen, dass das Verschwinden erst die Dezentralität ermöglicht hat, denn die ist nun einmalig. Denn alle anderen Kryptowährungen, die danach entstanden sind, haben bereits eine viel zu große Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt immer eine Person oder eine Gruppe, die dahinter steckt, wodurch dann eine Zentralität entsteht, die wiederum Vertrauen in diese Instanz voraussetzt. Und genau diese Problematik haben alle anderen Kryptowährungen außer Bitcoin. Und somit hat Satoshi Nakamoto durch den Rückzug etwas Einmaliges und auch wirklich Einzigartiges erschaffen. Des Weiteren sehen wir bei anderen Kryptowährungen noch ein anderes Problem, denn die Entwickler halten sich häufig einen Teil der entstehenden Coins zu Beginn zurück, um damit dann das Projekt finanzieren zu können. Und das Problem dabei ist aber, dass sie durch den Verkauf den Preis wieder drücken können und selbst aber wieder viel, viel Geld einnehmen. Natürlich gibt es auch bei Bitcoin noch die Gefahr, dass Satoshi Nakamoto seine eine Million Bitcoin irgendwann verkaufen wird, wenn er überhaupt noch lebt. Doch umso länger dies nicht passiert, desto geringer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass das in Zukunft noch passieren wird. Insgesamt wissen wir es einfach nicht, ob Satoshi Nakamoto aktiv entschieden hat, sich zurückzuziehen, ob er gezwungen wurde oder sogar verstorben ist. Aber wenn er es aktiv entschieden hat, dann war es vielleicht der größte Schachzug, den er je machen konnte. Denn er hätte mit dem Verkauf ein Vermögen machen können, wobei er dadurch höchstwahrscheinlich auch das Netzwerk zerstört hätte, da man dann wiederum eine zentrale Instanz vertrauen müsste. Und manche sagen aber auch, dass er die menschlichen Bedürfnisse nach Reichtum und auch Ansehen in der Welt dadurch, dass er so ein Netzwerk aufgebaut hat, untergeordnet hat, um ein bisher einmaliges, dezentrales Netzwerk Bitcoin zu erschaffen. Denn ohne das Verschwinden würde Bitcoin in der uns heute bekannten Form höchstwahrscheinlich nicht existieren. Denn andere Kryptowährungen werden diese Dezentralität niemals erreichen, da die Aufmerksamkeit nur da ist. Es wird immer eine Führungsfigur geben und ein organisches Wachstum ist überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt also, schlussendlich ist Bitcoin das erste und auch wirklich das einzige dezentrale Netzwerk, das wir jemals sehen werden. Nachdem wir nun wissen, wie und wann Bitcoin entstanden ist, was er sich mit diesem Pseudonym Satoshi Nakamoto auf sich hat und welche Auswirkungen dessen Verschwinden auf Bitcoin besitzt, können wir uns nun abschließend das sogenannte Bitcoin-White Paper anschauen. Ich hatte es ja bereits erwähnt, dass Satoshi Nakamoto in seiner ersten E-Mail vom 1. November 2008 das White Paper veröffentlicht hat. Aber worum handelt es sich dabei genau? Bei einem White Paper handelt es sich meist um einen groben Überblick über ein bestimmtes Projekt, zum Beispiel in der IT. Dort werden dann die Grundzüge, die Idee, aber auch dessen Vor- und Nachteile dargestellt. Und genau diese Punkte hat Satoshi Nakamoto im Bitcoin-White Paper ebenfalls zusammengefasst. Das Bitcoin-White Paper trägt den Titel Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System und besitzt insgesamt nur 8 Seiten. Auf diesen beschreibt dann Satoshi Nakamoto die Grundlagen Bitcoins, wie zum Beispiel die technische Funktionsweise des Proof of Work oder auch die Zeitstempel, wodurch Blöcke zeitlich aneinandergereiht werden können. Und dadurch dann eben die Blockchain ergibt. Interessant dabei ist aber, dass das White Paper selbst die Bezeichnung Blockchain gar nicht enthält. Und zudem zeigt er ebenfalls die unterschiedlichen Angriffsszenarien auf das Netzwerk und wie er dann durch bestimmte Vorkehrungen eben dies unterbänden möchte. Man muss dabei aber auch erwähnen, dass Satoshi Nakamoto mit Bitcoin nicht irgendwie etwas völlig Neues entwickelt hat. Wir haben ja gesehen, dass es bereits vor Bitcoin versucht wurde, ein rein digitales Geld einzuführen. Die Versuche aber scheiterten aus unterschiedlichen Gründen. Und Satoshi Nakamoto hat daher einige dieser Ansätze verwendet und in Bitcoin eingearbeitet. Beispielsweise existierte bereits vorher das Konzept des Proof of Work. Satoshi Nakamoto hat dann vielmehr die unterschiedlichen Komponenten miteinander verbunden und einfach daraus ein funktionierendes System und Netzwerk entwickelt. Dies ist auch die Antwort darauf, wenn immer noch einige Stimmen behaupten, dass Bitcoin nur der Anfang ist und von einem anderen Netzwerk abgelöst wird. Hierbei wird dann Bitcoin meist mit anderen Technologien verglichen, die dann von einem Konkurrenten überholt wurden, weil diese einfach die Technologie verbesserten. Als ein häufiges Beispiel wird dabei meist die Konkurrenz der ersten sozialen Netzwerke MySpace mit Facebook herangezogen, da MySpace nun aufgrund des Erfolges und Facebook überhaupt nicht mehr existiert. Aber Bitcoin ist eben nicht der erste Versuch ein solches dezentrales Netzwerk und digitales Geld einzuführen, sondern ist dank der Zusammensetzung bestehender Konzepte bereits eine Weiterentwicklung der Technologie. Und um nochmals auf das White Paper zurückzukommen, man kann dieses wirklich als Gründungsdokument Bitcoins sehen. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, das einmal zu lesen. Es gibt auch schon seit längerer Zeit eine deutsche Übersetzung, die werde ich euch in den Episodennotizen verlinken. Und man muss dazu erwähnen, dass es nicht ganz einfach zu lesen ist, da es auf wenigen Seiten viele Informationen verdichtet darstellt. Und weitere Erklärungen für die genaue Funktionsweise und welche Intentionen Satoshi Nakamoto mit dem Netzwerk hatte, hat er dann über weitere E-Mails und Formbeiträge hinzugefügt. Ich finde es aber schlussendlich wirklich faszinierend, dass in so einem kleinen und kurzen Dokument etwas so Erstaunliches und jetzt bereits so Großes wie Bitcoin zusammengefasst werden kann, das dann insbesondere auch so viele hoffentlich vielen Menschen zu einer gerechteren Welt verhilft. Insgesamt gesehen wird es wahrscheinlich ein ewiges Rätsel bleiben, wer Bitcoin ins Leben gerufen hat. Aber schlussendlich wird es auch egal sein, da Bitcoin zum einen Satoshi Nakamoto nicht benötigt, um zu funktionieren und zum anderen, wie bereits gesagt, es vielleicht der größte Vorteil für Bitcoin überhaupt ist, dass es keine zentrale Figur im Mittelpunkt besitzt. Es ist wirklich spannend zu sehen, dass aus einer so kleinen Idee aus einer Mailingliste ein solches globales und dezentrales System entstanden ist, das Eigenschaften und Funktionen besitzt, die wir vorher in unserer Menschheitsgeschichte noch gar nicht gesehen haben, und wie die zum Beispiel digitale Begrenzzeit sogar für unmöglich gehalten haben. Und insbesondere auch der Zeitpunkt der Entstehung Bitcoins ist wirklich perfekt gewählt, denn es ist genau die Zeit, in der die staatlichen Währungen durch die lockere Geldpolitik der Staaten immer mehr in Wert verlieren und das bisherige Finanzsystem immer mehr Schwierigkeiten bekommt. Und Bitcoin stellt eben hierfür das Gegenteil dar und vielleicht auch sogar die Lösung. Und das Verrückte dabei ist ja, dass Bitcoin das alles erreicht hat, ohne die Unterstützung eines Unternehmens oder einer Regierung oder einer Marketingabteilung mit irgendwelchen großen Werbebotschaften, sondern einfach nur, es ist organisch gewachsen und das nur durch die Aufmerksamkeit über den steigenden Preis und auch die Eigenschaften des Netzwerkes, die so viele Menschen bis jetzt überzeugt haben. Wer noch mehr über die Entstehung und Geschichte Bitcoins nach dieser Episode jetzt erfahren möchte, der findet in den Episodennotizen noch weitere Bücher, Artikel und Webseiten, die ich euch da verlinke, die ich wirklich empfehlen kann, wer da noch tiefer einsteigen möchte. Und zum Abschluss würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und für alle die, die über Apple Podcasts zuhören, da könnt ihr gerne den Podcast nämlich unterstützen, indem ihr eine Bewertung abgebt. Und dann bedanke ich mich dafür, dass ihr auch bei dieser etwas kürzeren Folge wieder dabei wart, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag zu einer neuen Folge wieder. Bis dahin, ciao! Ciao!